Unblond! Ich hab so viele Videos zu diesem geschaut, genau zu dieser Paktion. Ich hab genau nichts geschaut. Ich bin uninformiert und hab ganz viel Zeug jetzt hier. Ich hab jetzt nicht genau deine Haarfarbe gefunden, nur so Leute, die dunkelblonde Haare haben. Aber immer wenn die Nasse, dann wirken die Orangen. Ah, so Gebrauchsanweisen, Leute. Ein paar Aufteilen dann. Ja genau. Vier Teile. Ich hab ja auch Haare drunter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das eine ist blau, dieses Ding, da diese Tube spielt. Ist ja so lustig. Was ist blau? Die andere Tube. Ach so. Echt jetzt? Ja. Ja. Wtf? Was ist das? Was ist das? Loll. Ich hab ja auch mal richtig. Warte. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Oh mein Gott. tenido ich eine kleine Kleine. Du bist so glücklich. Du bist so glücklich. Harte. Frauen hat gefolgt auf jeder aus dem Verklasse, oder? Ja. Sie werden dann so... Ach, das hat ja eigentlich besser gewonnen. Schau, was sie da generieren. Holy shit, das ist schön krass. Aber hier sieht aus wie der krasseste Übergang unseres Lebens. Oh mein Gott! Und wie läuft's Hanna? Wir brauchen mehr Farbe. Wir brauchen mehr Farbe. Einmal Daumen nach oben, Leute. Alter, ich sieh, es kommt. Sieh, es ist eigentlich ein bisschen wie man wird. Also, wenn euch das gefällt, dann Daumen nach oben. Macht nicht zu Hause nach. Auf jeden Fall nicht nachmachen. Tipp, kauft genug Farbe. Egal was ihr macht, kauft genug Farbe. Wie könnt ihr euch so viel einspielen, wie ihr wollt? Ja. Das macht nichts falsch. Lieber zu viel als zu wenig, gell Asha? Ja, natürlich. Honey hat schon Mental Breakdown gehabt. Ja, Mann. Wir haben meine Arbeit geschrieben, Alter. Kurz vor Englisch, Hörverstehensklausur Nummer 1. Honey, wie läuft's? Daumen nach oben. So, wir sind fast fertig, ne? Konzentrated. Asha ist auch konzentrated. Honey ist... Sie sind nicht entspannt. Still... ...verzweifelt. Hallo? Oh, meine Hand ist... Farbe ist da. Farbe hat gereicht. Okay. Ich hab's so rangezoomt, als du das gemacht hast. Die Farbe hat gereicht. Ja, da, da, schau mal. Also, die Farbe hat gereicht. Wir haben sogar noch was. Also wirklich noch was. Ja, und das verschwenden die jetzt. Hier vorne ist am wichtigsten. Honey? Wir lassen's jetzt einwirken. Ja. Hier ist am wichtigsten noch. Kann ich bitte mal jetzt. 30 Minuten hin und dann... So. Du hast auch geschaut, Alter. Honey, was machen wir? Außerfest. Das ist voll geil. Es sieht echt gut aus. Es sieht richtig geil aus. Oh mein Gott, es sieht voll normal aus. Ja. Fancy. Was ist das Fernlassen? Ja. Bähem. Oh mein Gott. Da. Da. Hide. Da. Oh mein Gott. Da. Da. Ich habe ein paar Teile ganz toll. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020